Während auf der Bühne die Filme vorgestellt werden, füllt sich die Landesvertretung mit Gästen nicht nur aus Niedersachsen. Hier kommt die ganze Branche zusammen. Und wer zu Berlinale geht, der möchte nicht nur Filme gucken. Man muss sich hier so eine Veranstaltung so vorstellen wie eine Eisenwarenmesse. Bei einer Eisenwarenmesse kommen die Leute zusammen, um Geschäfte zu machen und sich kennenzulernen, miteinander zu reden, neue Deals einzufädeln. Und genauso funktioniert so eine Veranstaltung hier auch. Ich treffe alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite, auch im Nordmedia-Gebiet. Also wir machen viele Produktionen, die auch Nordmedia gefördert sind und haben Kollegen, die hier sind, Komponisten, Zeichner, Technikausstatter, mein Tonmischer habe ich gerade gesehen. Das ist dann schön, wenn die sonst in Lüneburg sind, in Hannover und so weiter, wenn man die hier einmal treffen kann. Mittendrin Dokumentarfilmer Till Harms. Sein Film, Die Prüfung, bringt uns wieder zurück nach Hannover. Genauer gesagt zur Staatlichen Hochschule für Musik und Theater am Expo Plaza. Dort warten junge Schauspieltalente darauf, sich vor einer hochkarätigen Kommission zu beweisen. Sie sind Schriftsteller und ich Schauspielerin. So sind wir also beide auch in den Strudel geraten. Ich habe einmal fröhlich gelebt wie ein Kind. Wenn ich aufwachte, dann singe ich dir morgen ein Lied. Ich liebte sie. Ich träumte von Ruhm. Und jetzt? Ich bin so müde. Einmal ausruhen. Aber ich denke einfach, in der ersten Runde, dann nehmen sie erstmal alles, was brauchbar ist. Und erst in der dritten Runde, Endrunde suchen sie dann nach dem Tüten. Ich verstehe das überhaupt nicht. Wie wurde hier gerade gesagt, dass manche Gruppen, dass da fast alle weitergelassen wurden. Und bei uns einfach nur vier von 15. Also man kann auch mal ein Auge zudrücken. Tee, du hast die Prüfung bestanden. Wir haben dich eingeladen in unsere Sendung, unsere Kommission. Warum wolltest du hinter die Kulissen einer Prüfungskommission schauen? Jeder kennt das ja, dass man, wenn man sich an einer Kunsthochschule beworben hat, sich so eine Vorstellung davon zusammenbaut, warum man nicht genommen wurde. Oder was das für Menschen sind, die diese Prüfungen eben abhalten. Und oft denkt man, dass das wahrscheinlich irgendwelche zynischen, komischen Leute sind, die nicht genau hinschauen. Und da gibt es so einen, ja manchmal auch richtigen Feindbild. Und ich hatte einfach mal die Möglichkeit dazu zu schauen und habe schnell gemerkt, dass es ganz anders ist. Dass die wahnsinnig für ihre Sache brennen. Dass es leidenschaftliche Diskussionen gibt. Und dass es am meisten oder am spannendsten wurde, wenn der Bewerber wieder rausgegangen ist. Das war eigentlich viel spannender als das Vorspiel selber. Und so ist der Gedanke entstanden, dass man irgendwie so ein bisschen Licht in diesen Mythos, Aufnahmeprüfung bringen kann. Dass es nicht mehr die Bösen sind, die dann einen so oder so halten. Ja, und dass es ganz anders ist als diese Castingshows, die ja so wie Pilze aus dem Boden gesprossen sind. Und wonach die suchen sind ganz andere Dinge. Und das war mir wichtig, dass man das mal zeigt. Und ich dachte auch, dass das für Menschen, die sich irgendwo beworben haben oder bewerben wollen, auch spannend ist, zu sehen, dass das doch ganz anders abläuft. Ja, ich glaube gerade für solche ist so ein Film ganz wichtig, auch zu sehen. Da stecken ja Menschen dahinter. Was hat dich am meisten überrascht bei der Kommission? Ich glaube, am meisten überrascht hat mich wirklich die Leidenschaftlichkeit, mit der sie kämpfen. Es sind ja auch viele Menschen, die selber auf der Bühne standen oder aus dem Theater kommen. Das wird also sehr offen ausgetragen. Dass das also nicht hinter so einer Fassade, sondern dass das wirklich mit großer Leidenschaft gekämpft wird. Das mochte ich sehr. Und sie geben ganz viele Chancen. Also sie geben viel mehr Chancen, als ich das irgendwie mir vorher hätte vorstellen können. Also sie haben wirklich immer versucht, wenn noch irgendwo eine Idee war, da könnte was sein. Komm, wir holen nochmal rein, nochmal mit einer anderen Rolle. Geben ihm nochmal einen Anspielpartner. Also viel lebendiger auch. Also es ist nicht so, wenn jemand kommt, stellt sich auf die Bühne, spricht vor und geht ab, so war es gar nicht. Ich habe sie in der ersten gesehen. Da hat die wirklich diese Nina so entspannt. Also ich habe so noch keine Nina gesehen in den ganzen fünf Jahren. Sie ging mir tierisch auf die Nerven mit ihrer Hysterie und mit ihrer Schreierei und dieses, ich fand die Nina auch furchtbar. Ich habe sie auf der Bühne gesehen jetzt. Eigentlich tut mir jemand aus. Aber das Einzige, so wenn ich es im Vergleich, was ich dann doch interessant fand, dass sie einen unheimlichen Mut mit Emotionen umzugehen hat, dass sie da schon ganz schön riskiert und dann auch über das Ziel hinweg schiebt. Da ist sie einfach für mich viel interessanter als jemand anderes. Ja! Ja, weil sie mich da auch total korruziert. Weil sie mich da auch total korruziert. Mach mal einen Antrag zur Geschäftsordnung. Ich bräuchte mal eine Pause oder wollen wir das jetzt alles durch zu Ende bringen? Was machen wir, wenn wir durch sind? Dann stimmen wir ab, würde ich sagen. Dann stimmen wir ab. Wie hast du dich dahin geschlagen? Hannover ist seit ungefähr fünf Jahren, haben wir so einen großen Teil des Teams neu besetzt. Damit ist es eine relativ junge Schule und die hat sehr flache Hierarchien. Und ich wage zu behaupten, dass die Ansburgschule mich nicht reingelassen hätte. Aber das ist eine reine Vermutung. Die werden vielleicht jetzt auch was ganz anderes sagen. Also wir haben dich reingelassen und ich glaube, du hast bestanden und wirst aufgenommen. Herzlichen Dank fürs Interview, Till Harms. Okay, honey. This is the best state of hell.